Applaus Teil, wie eine Nahrung fühlst dich und noch auf uns beteilst, findest du dort die wirkliche Bedeutung von Glück, ist ein neues Leben dein. Teil, wie eine Nahrung fühlt dich und noch auf uns beteiligt, findest du dort die wirkliche Bedeutung von Glück, ist ein neues Leben dein. Teil, wie eine Nahrung fühlt dich und noch auf uns beteiligt, findest du dort die wirkliche Bedeutung von Glück, ist ein neues Leben dein. Teil, wie eine Nahrung fühlt dich und noch auf uns beteiligt, findest du dort die wirkliche Bedeutung von Glück, ist ein neues Leben dein. Teil, wie eine Nahrung fühlt dich und noch auf uns beteiligt, findest du dort die wirkliche Bedeutung von Glück, ist ein neues Leben dein. Teil, wie eine Nahrung fühlt dich und noch auf uns beteiligt, findest du dort die wirkliche Bedeutung von Glück, ist ein neues Leben dein. Teil, wie eine Nahrung fühlt dich und noch auf uns beteiligt, findest du dort die wirkliche Bedeutung von Glück, ist ein neues Leben dein. Teil, wie eine Nahrung fühlt dich und noch auf uns beteiligt, findest du dort die wirkliche Bedeutung von Glück, ist ein neues Leben dein. Teil, wie eine Nahrung fühlt dich und noch auf uns beteiligt, findest du dort die Bedeutung von Glück, ist ein neues Leben dein. Das war die Mondschein-Arie aus dem Musik.